Allerdings scheint sich ja nun zu zeigen, dass das nur eine Beruhigungspille war, in Anführungsstrichen, diese 300.000 Reservisten. Offenbar werden ja sehr viel mehr junge Männer einberufen und auch welche, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten. Das heißt, da könnten jetzt demnächst dann doch sehr viel mehr als diese angekündigten 300.000 auch an die Front ziehen. Wie sollte denn die Ukraine darauf reagieren? Also zunächst mal muss man feststellen, die 300.000, so wie es derzeit festgelegt ist, sind Reservisten. Das heißt, die haben in jedem Fall, wann auch immer, wie lange es her ist, eine militärische Ausbildung erhalten. Aber wir wissen natürlich selber, wie schnell der Mensch vergisst und wir wissen natürlich gerade auch, wie so Routineangelegenheit, das kennen wir vom täglichen Alltag, in Vergessenheit geraten. Insofern bedarf es einer doch umfassenden Ausbildung in Teilen sicherlich einer grundlegenden neuen Ausbildung, um diese Soldaten nicht nur als Kanonenfutter, das sind sie vermutlich eh, aber zumindest halbwegs verantwortbar in die Einsätze zu schicken. Und das wird gestaffelt sein. Also es gibt sicherlich den einen oder anderen wenige vermutlich, die eine relative Gefechtsreife haben. Andere wiederum, wie ich eben schon sagte, fangen bei null an. In dieser Lage sind wir jetzt, generell sind wir in einer militärischen Situation nach meiner Bewertung, die ich mit Gefechtspause bezeichnen würde. Das heißt, nach dieser großartigen Offensive mit sehr viel taktischem Geschick und taktischer Finesse, müssen auch die ukrainischen Streitkräfte, ich sag's mal flapsig, eine Pause einlegen. Schlichtweg, weil die Kräfte müssen umorganisiert werden. Ich sagte, herbe Verluste, sie müssen neu organisiert werden. Die ganze Logistik muss anlaufen. Ich hoffe, man hat ausreichend Munition und Sprit und Verpflegung und was alles dazu gehört, nachgeführt. Das muss jetzt passieren. An einzelnen Stellen wird weitergekämpft. Man versucht jetzt auf beiden Seiten für das, was kommt, die bestmögliche Ausgangsposition zu bekommen. Denn wir haben einen erheblichen Zeitdruck nicht mehr durch die Mobilisierung, sondern vor allen Dingen auch durch das Wetter. Wir haben in wenigen Wochen haben wir schweren Winter. Und das bedeutet Bewegung. Weiträumige werden kaum noch möglich sein in den anderen Straßen. Das bedeutet, es gilt diese Zeit besonders aus ukrainischer Sicht jetzt zu nutzen. Man wird auch dort jetzt alles dransetzen, um diese Offensive so rasch wie möglich weiter auszubauen. Und dazu ist natürlich weiteres Material erforderlich, dass jetzt ja, so wie ich das, beurteile auch nachgeschoben wird. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.